Wir gehen noch auf die Couch nach Hause und jetzt muss man sehen, wie er mit den 50 Seiten klarkommt. Super. Aber nichtsdestotrotz, das wird das. Das wird alles. Okay, ich danke euch erstmal für euer Verständnis. Das ist wirklich ganz toll. Wir sind nicht die Deutsche Bahn, das wie gesagt, es passiert einmal im Jahr, dass der Bus zu spät kommt. Und es passiert einmal im Jahr, dass der Bus wirklich nicht kommt von unserem Busunternehmen. Aber es ist nicht heute. Super. Ich würde jetzt mal sagen, ihr seht hier...